Wenn man das jetzt lange gespielt hat, Alter, und du willst einen neuen Content haben, also das ist, weiß ich nicht, ich finde das ist so weird, derselbe Fehler wie letzte Season. Du spielst einfach immer noch das gleiche Game. Ich spiel im Grunde genommen sogar immer noch das gleiche Game wie vor der ersten Season fast. Also, ich hab keine neue Waffe, ich hab keinen neuen Operator, ich hab keine neuen Gadgets. Genau wie beim letzten Mal spielt man leider einfach immer noch das gleiche Game. Man hat von dem neuen Content einfach fast nix. Keiner, der diesen Balken sieht, der neu dazugekommen ist oder wieder einsteigt, denkt sich, oh ja, cool, die spiel ich mir mal frei. Und die sagen auch nicht, ich geb den Zehner aus. Die klicken auf Deinstallieren und zocken was anderes. Die scheißen drauf. Und das ist nicht gut für euer Spiel, wenn ihr das so gerne mögt, dann sollte euch das wirklich zu denken geben. Wenn die Leute, die neu dazukommen, keinen Bock drauf haben. Und jeder, der Fan von dem Spiel ist, sollte da mal ernsthaft drüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, das Spiel interessanter zu machen für Spieler. Anstatt so eine Art Gatekeeping zu betreiben für Leute, die nur viel Geld haben oder maximal viel Zeit. Denkt dran, ihr wollt, dass euer Spiel von möglichst vielen Spielern gespielt wird, damit es möglichst lange supported wird und möglichst viel Spaß macht. Und ihr wollt neue Spieler in der Community, die Bock auf euer Spiel haben und das auch supporten. Ich kann euch sagen, die meisten Leute, die das noch nicht kennen, gehen rein und machen es wieder aus. Und die meisten Leute, die lange nicht drin waren, gehen rein, stellen fest, sie spielen immer noch das gleiche Spiel wie beim letzten Mal und gehen raus. Die bezahlen keine 10 Euro für eine neue Fraktion. Die grinden nicht 150.000 XP für eine Waffe, die sie noch nicht kennen. Und die grinden auch keine 700.000 XP für drei oder vier Fraktionen, die sie bisher verpasst haben. Und dann noch alles im Battle Pass, nichts Neues, außer du bezahlst rein, außer die Maps, die dann einfach selten kommen. Das ist einfach eine schlechte Season, genau wie beim ersten Mal. Hat mega Spaß gemacht. Sehr schöne, unterschiedliche Runden. Ein paar Runden echt gut dominiert. Ein paar Runden normal gespielt. Ein paar Runden aufs Maul bekommen. Und in der Gänze, muss ich sagen, habe ich mich hervorragend amüsiert heute. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht zu zocken. Aber die technischen Probleme sind immer noch nicht gefixt. Die Balance ist besser, aber immer noch nicht super. Man hatte aber nicht das Gefühl, dass man den ganzen Tag von den gleichen Waffen umgemäht wird. Also was das angeht, haben sie scheinbar schon auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Der größte Genickbruch wird weiterhin die Engine sein. Solche merkwürdigen Entscheidungen wie solche Seasons hinter Grind und Paywall zu packen und dann die neue Map einfach viel zu selten zu machen. Sodass du als Spieler gar nichts Neues eigentlich hast, wenn du nicht bezahlen willst direkt oder nur Cosmetics unterstützen möchtest. Dass solche Basic Features einfach so spät erst in einer Roadmap auftauchen, finde ich, ist einfach schlecht. Also objektiv gesprochen einfach schlecht. So sehr man das Spiel auch mag. Und ich glaube auch nicht, dass die da noch viel fixen. Wir haben so viele Server-Issues weitergehabt. Gut, ist auch Release-Blah, aber ich glaube nicht, dass das so einen mega krassen Ansturm hatte heute jetzt. So wie bei Release. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber da muss einfach mehr passieren. Und wie gesagt, ich habe auch wieder etliche Hitmarker bekommen, wo ich dann nicht mal ein Assist hatte. Die Hitmarker müssen serverseitig sein, damit du weißt, du hast auch wirklich einen Treffer. Weil ansonsten ist ein Hitmarker keine feuchte, vollgeschissene Unterhose wert. Trotzdem sehr positiv überrascht vom Spielspaß. Und das Beste ist natürlich ein nächster Feind. Wie gesagt, kein scheiß striktes Skill-Best Matchmaking oder irgendwas. Das war super gemischt. Ihr habt es gesehen, da waren Leute bei, die waren super lost, da war eine super krasse Schwitzertruppe bei, die pre-made waren, die uns komplett überfahren haben. Und das hat dann sogar Spaß gemacht, sich überfahren zu lassen, weil es einfach auch dann wieder eine andere Experience in der Runde war, als davor die Runden. Was das angeht, war es heute sehr abwechslungsreich und schön. Also es ist auf jeden Fall besser, als beim letzten Mal vom eigentlichen Game. Aber neuer Content ist, also den musst du mit der Lupe suchen, außer du bezahlst halt erstmal ordentlich rein. Aber wir haben immerhin schon mal eine neue Waffe freigespielt. Und wir haben... Naja, also wir haben immerhin fast die Hälfte. Ich hab ja nicht schlecht gespielt heute. Das motiviert die Leute nicht. Das ist der neue Content. Das sind die neuen Sachen, die dich zum Spielen bewegen sollen. Wenn du erstmal 12, 14, 15 Stunden reinputtern musst, um überhaupt in den Genuss von dem neuen Content zu kommen. Das ist... Ich find das einfach ne schlechte Idee. Und es ist auch ne schlechte Idee, die Waffen in den Battle Pass zu packen. Ich weiß gar nicht, ich will jetzt mich auch nicht so sehr spoilern, aber... Auf Level 80! Du, das ist einfach motherfucking frech. Das ist fucking frech. Ein spielrelevantes Item auf Stufe 80 in den Battle Pass zu packen. Und kommt mir nicht mit Free-to-Play. Auch in Free-to-Play kann man mit Skins sein Geld verdienen. Und nicht mit so nem schäbigen Scheiß. Und deswegen, wirklich, ich dislike jeden einzelnen Menschen, der sich Tearskips im Battle Pass kauft. Weil ihr seid wirklich ein Grund dafür, dass es immer schlimmer werden wird. Das ist einfach meine Meinung. Tut mir leid, nix gegen euch als Person. Aber das ist einfach dumm. Und ich könnte kotzen, wenn ich es sehe, dass mittlerweile die Waffen immer weiter nach hinten gepackt werden, weil es scheinbar immer noch genug Idioten gibt, die da fröhlich reinpayen. Für so nen Pay-to-win-Scheiß, Alter. Ne. Einfach nein. Seh ich nicht ein. Ich meine, hier gibt es immerhin die scheiß Blueprints nicht. Da ist dann wieder Call-of-Duty-Scheiße. Noch schlimmer. Aber wie gesagt, spielrelevante Items gehören nicht hinter so einen Grind. Und erst recht nicht in den Battle Pass. Es demotiviert mich allein, nur schon mir den Pass anzugucken und zu sehen, dass eine spielrelevante Waffe auf Level 80 im Pass ist. Das ist, wie gesagt, Ubisoft hat wieder voll reingehauen. Einfach nur, weil es Free-to-Play ist. Die stretchen das Maximum raus, mit dem sie durchkommen können bei ihrer Player-Base. Und das Schlimme ist, bei ihrer Player-Base kommen sie damit halt durch. Aber bei dem ganzen Rest der Menschheit nicht. Und deswegen ist das Spiel auch nicht so erfolgreich. Gepaart mit den ganzen technischen Problemen und so. Aber auch das schreckt einfach Leute ab. Und das raffen die einfach nicht. Die wollen Call-of-Duty-Erfolg, machen aber die dümmsten Sachen rein, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und verhindern damit ihren eigenen Erfolg. Stimmt, ne Space gab's auch noch, ne? Ja, das stimmt. Hier gibt's am Level 50. Selbst das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ich weiß, es gibt Leute, die juckt das nicht. Und es gibt auch Leute, die kaufen einfach für 100 Euro einfach den Pass voll direkt. Aber das sollte nicht der Maßstab sein. Ich werd da bestimmt ein Video zu hochladen. Und dann werd ich euch fragen. Wie seht ihr das? Findet ihr das motivierend? Habt ihr's gespielt? Seid ihr aktiver Spieler? Seid ihr zurückkehrender Spieler? Seid ihr neuer Spieler? Und was ist das Outcome von dieser Season? Habt ihr Bock weiterzuspielen? Habt ihr's direkt deinstalliert? Wollt ihr nochmal später reingucken? Ich will eure Meinung dazu dann wissen. Weil ich kann mir nur vorstellen, dass die meisten Leute das sehen und sagen, nee, danke, Alter. Komm rein, wollen neuen Content spielen und kriegen nix. Dann spielen sie vier Stunden und kriegen einmal eine neue Map oder zweimal in vier Stunden. Also jeder, der das Spiel vor Season 1 gespielt hat und jetzt zurückkehrt, kann mir nicht vorstellen, dass die das lange spielen. Das ist das gleiche fucking Game. Für die ändert sich nix. Es knallt. Es knallt nur rein, wenn BP-Booster mit Doppel-BP-Wochenende kombinierst. Ich denk, das geht nicht. Aber selbst wenn. Was ist das für ne Scheiß-Logik? Was ist denn mit den Leuten, die am Wochenende arbeiten müssen? Es hat ja nicht jeder am Wochenende frei. Es gibt ja auch Leute, die haben Schichtdienst. Was machen die denn? Die haben ja Pech oder was? Also ich zum Beispiel musste immer am Wochenende arbeiten und hatte nur unter der Woche meine zwei Tage frei. Meistens nicht mal am Stück. Das finde ich sowieso so ein Unding. So einen unmenschlichen Grind und dann Wochenend-XP, Doppel-XP. Digga, mach den Grind einfach nicht so lang. Dann brauchen wir auch keinen Doppel-XP. Die meisten Leute spielen doch eh nur, wenn Doppel-XP dann ist. Dann mach doch einfach den Grind kurz. Auch Booster sind ne Scheiß-Mechanik. Man kann aber keine Booster kaufen, oder? Kann man Booster kaufen? Ja, hier sind Booster drin. Season 2 Gold Pack, Digga. Uah. So, was haben wir da? GS-Kommando-Fraktion direkt, Digga. 40 Tacken. Dead-Sec mit drin. Ach, guck mal auch, wie praktisch du es tut, Alter. Hier kannst du den Grind für die anderen beiden Fraktionen gleich mitkaufen. Die sollten nach der Season meiner Meinung nach einfach frei sein für alle. Also das ist ne Frechheit, wirklich. Da siehst du, warum das so lange dauert. Dass der Grind immer noch genauso lange ist wie vorher. Digga, welche Ehre, wenn derjenige, der das Brecheisen verkauft, auch gleichzeitig die neuen Schlösser und die Schlüssel verkauft, Alter. Das liebe ich ja, Alter. Wirklich. Also das feier ich gar nicht sowas. Sowas gehört meiner Meinung nach verboten und jeder, der das unterstützt, ist in meinen Augen einfach ein Idiot. Es tut mir leid. Was das angeht, ist das idiotisches Verhalten, sowas zu unterstützen. Das heißt nicht, dass ihr komplette Vollidioten seid und gar nichts merkt oder zu doof seid zum Scheißen oder zum Atmen oder Nutella mit Kacke zu verwechseln. Aber das ist einfach dummes Verhalten, sowas zu unterstützen. Tut mir leid. Reflektiert mal und hört mal auf, überall euer Geld reinzubuddern. Einfach blind. Meine Meinung. Das ist einfach schlecht für uns alle. Gibt wöchentliche Herausforderungen. Da kriegst du jede Woche ein paar kostenlose. Ja, genau das wollen sie. Sie wollen dich dazu bringen, dass du irgendwie nach ihrer Scheißpfeife tanzt, damit du Player Retention denen bringst. Das ist das Einzige, was dich interessiert. Das ist doch nicht gut. Du streibst das in Chat, als wäre das voll die gute Sache. Das ist Müll. Warum? Warum ist das so? Warum muss ich irgendwelche Aufgaben machen, um den anstrengenden Grind nicht so anstrengend zu haben in meiner Freizeit in einem Casual Game? Das ist von allen Seiten betrachtet dummes Zeug. Sind halt alles Unternehmen, wo Menschen arbeiten, die Geld verdienen und Gewinne einfahren müssen. Ja, das kann man auch mit Skins. Das machen genug andere auch. Das ist kein Argument. Niemand sagt, sie sollen kein Geld verdienen. Die sollen von mir aus auch viel Geld damit verdienen. Würde ich gut finden. Dann können sie mehr Leute einstellen und das Game besser patchen. Es gibt ja nicht nur Scheiß-Grind und schäbiges Grind-Abkürzen mit Geld. Oder gar kein Geld. Das ist ja nicht wahr. Das stimmt ja nicht. Das ist kein Argument. Ich finde, das ist eine Scheiß-Idee. Das raubt mir noch mehr den Spaß. Da habe ich noch weniger Lust, das Spiel zu spielen. Bin ich ehrlich. Ich spiele doch nicht 75 Kitzle und so ein Scheiß-MG, auf das ich keinen Bock habe, nur damit der Grind nicht so anstrengend ist. Warum kann ich nicht so spielen, wie ich möchte, mich amüsieren in einem Casual Game in meiner Freizeit, und einfach den Progress machen? Nee, es muss natürlich das letzte bisschen rausgequetscht werden. Das ist der Punkt. Und ich verstehe nicht, wie man das immer wieder verteidigt. Das wird mir nie in den Kopf kommen, warum die Leute immer wieder Gründe erfinden, warum das cool ist. Immer wenn du was schreibst, warum das in Ordnung ist, denke ich mir, das ist doch ein Nachteil. Du sagst, man kann sich das über Ubisoft Connect abholen. Ja, super. Dazu musst du auch bei Ubisoft Connect Punkte haben. Dazu musst du aber auch bei denen irgendwas machen. Dazu musst du ihre Spiele spielen und Herausforderungen in den Spielen machen. Da ist schon Zeit investiert worden von dir, ohne Ende, damit du dann in den Pass nicht ganz so viel Zeit investieren musst oder was. Der Grind muss nicht so dämlich lang sein. Und wenn, dann bitte nur optisch. Dann wäre es mir auch egal. Der kann doch doppelt so lang sein. Das wäre mir scheißegal. Wenn die Leute, die wirklich dediziert um vier spielen, am Ende einen Skin haben, den nicht jeder hat, super. Aber dann darfst du auch keine Tearskips anbieten. Es geht auch nicht darum, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich diese Booster bekomme. Es geht um das Prinzip. Leute, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Ich werde das Spiel eh nicht viel spielen. Es geht um euch. Es geht nur um euch. Es geht nicht um mich. Mir ist das wirklich scheißegal. Wenn mir das zu dumm ist, dann spiele ich es nicht. Genau wie letzte Season. Aber ich würde mich freuen, wenn ich Spaß an dem Spiel habe und Bock drauf habe und motiviert bin. Es geht darum, dass es schlecht gemacht ist und es bessere Lösungen gibt. Objektiv bessere Lösungen. Die für uns Spieler einfach nur von Vorteil wären und denen am Ende das Gleiche oder mehr Geld einbringen. Denn es gibt mehr als genug Leute, die das eben nicht mitmachen. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass einfach endlich mehr Leute mal wieder ein paar Prinzipien an den Tag legen, wenn es um sowas geht. Und einfach mehr Alarm machen und denen ganz klar sagen, Leute, ganz ehrlich, ich werde nichts von euch kaufen, was irgendwie einen Grind abkürzt. Weil ich das dumm finde und ich mich von euch nicht verarschen lasse. Das würde ich mir wünschen. Aber das wird nicht passieren, weil den meisten Leuten ist es egal. Und wenn einer das anspricht, dann ist er der Böse. Wenn ich darüber ein Video mache, werfen mir die Leute Clickguide hat vor und Hatebait und was weiß eh nicht alles, anstatt der schäbigen Firma, die sie versucht abzuzocken. Ja gut, Alter. Okay. Ist in Ordnung. Ich weiß, die wollen Geld haben und die brauchen dringend Geld bei Ubisoft, aber so verdienen sie nicht mehr Geld. Wenn sie ihre letzten Spieler, die noch Bock auf ihre Games haben, bis zum letzten Tropfen ausquetschen, dann gehen sie den Bach runter. Und dann, sorry, auch zu Recht. Man könnte aus dem Spiel viel mehr machen, aber wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, die gucken, was ist die cleverste Entscheidung und machen dann einen 180 und machen das komplette Gegenteil davon. Als wäre den ganzen Tag fucking Gegenteiltag. Immerhin kann man den Battle Pass faktisch umsonst kriegen, zumindest wenn man sich davor täglich eingeloggt hat. Nee. Du kriegst ihn vielleicht endgeltfrei oder endkostenfrei, aber du kriegst ihn nicht umsonst. Denn deine Lebenszeit ist auch eine Währung. Und das ist wahrscheinlich die wertvollste Währung, die man hat. Und das vergessen die Leute gerne. Wenn Spiele dich immer wieder dazu bringen wollen, ein bisschen Zeit im Menü zu verbringen oder das Spiel jeden Tag zu launchen, obwohl du es gar nicht spielen willst, das ist eure Lebenszeit und die ist endlich. Ich glaube gerade, junge Menschen vergessen das ganz gerne mal. Das ist auch eine Währung. Und das ist sogar für die die wichtigste Währung, Player Retention. Und wie gesagt, X-Defined-Fans sind wirklich extrem bei sowas. Die sind genauso schlimm wie Call-of-Duty-Fans. Bei jeder Kritik wird abgeblockt. Aber die sollen mir dann auch bitte sagen, wo jetzt für sie der Nachteil wäre, wenn man das so macht, wie ich es vorgeschlagen habe. Oder wenigstens etwas fairer. Soll mir einer sagen, warum das nicht gehen soll. Wenn doch die erfolgreichsten Spiele, Free-to-Play-Games, eigentlich alle nur Cosmetics anbieten. Zumindest am PC. Mobile zählt nicht. Mobile ist, also da zocken sie die Leute halt ab und auch völlig zu Recht. Das sind die ganzen Konsumopfer, die wirklich nur noch vor dem Monitor hängen. Da kannst du das Geld einfach so über Kopf rausschütteln. Das ist klar. Aber es gibt so viele erfolgreiche Games, die nichts als optische Sachen verkaufen. Fortnite zum Beispiel. Kein Pay-to-Win-Nix drin. Sollen sich ein Beispiel daran nehmen. Alle wollen Fortnite-Erfolg, aber keiner macht es richtig wie Fortnite. Fortnite macht es richtig. Ob man Fortnite mag oder nicht, ist scheißegal. Da gibt es nichts Spielrelevantes. Du kannst es einfach, nachdem du zwei Jahre nicht gespielt hast, anmachen und du hast alles, was du zum Zocken brauchst. Mach das mal nach zwei Jahren hier an. Da hast du gar nichts mehr. Da hast du die Hälfte vom Game nicht. Und dann kannst du erst mal 40 Stunden reingrinden, um die Hälfte vom Game dir zu erspielen. Geil, Digga. Klingt einfach viel besser als bei Fortnite. 100 Pro. Sowas kann wirklich nur Ubisoft einfallen. Sowas hier. Ja, am Ende geben die sich alle nichts. Aber ich finde, Ubisoft ist einfach der Schlimmste, was sowas angeht. Die reizen wirklich das absolute Maximum immer aus. Zumindest habe ich den Eindruck. Also die Leute sollen mir sagen, wo der Nachteil sein soll. Ich sehe nämlich keinen. Es gibt keinen Grund, seine Kundschaft so abzuzocken und abzufacken. Das ist einfach meine Meinung. Mir wird schon ganz schwindelig. Ich gucke immer auf das Sägeblatt hier. So, jetzt bin ich raus. Reicht jetzt auch. Star Wars Video war so genial. Das kam sehr gut an, ja. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das hat auch sehr viel Spaß, mal das zu produzieren. Ich gehe soweit zu sagen, das kommt auf jeden Fall locker mindestens an meinen Avengers Review ran. Abonnieren, ich gehe jetzt mal. Ich gehe aus!